Der Plan für die Edition der Deutschen Reichstagshakten des Reichstags wurde 1859 von Georg Vogt in der historischen Zeitschrift wohl auf Anregung von Heinrich von Siebel entwickelt. Ins Leben gerufen wurde sie 1858 von Leopold von Ranke. Der erste Band erschien 1867 herausgegeben von Julius Weizsäcker. Es handelt sich um ein zentrales Editionsprojekt von Quellen zur Geschichte der frühen Neuzeit in Deutschland. Herausgegeben wird sie seit ihrer Gründung von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Die Edition trifft eine Auswahl der Aktenstücke, die in Vorbereitung und Durchführung der Reichstage entstanden sind, und druckt sie teilweise nur als Regist und teilweise auch mit ihren Volltexten. Die Edition der Reichstagshakten besteht aus vier Reihen. Ältere Reihe Deutsche Reichstagshakten unter Kaiser Friedrich III. Enthält auch die Edition der Reichstagshakten unter König Wenzel, König Ruprecht, Kaiser Sigismund und König Albrecht II. Mittlere Reihe Deutsche Reichstagshakten unter Maximilian I. Jüngere Reihe Deutsche Reichstagshakten unter Kaiser Karl V. Reichsversammlungen 1556 bis 1662 Die Edition ist noch nicht abgeschlossen. Fußnoten Entwurf eines Planes zur Herausgabe der Deutschen Reichstagshakten und Bericht über die eingeleiteten Arbeiten in Historische Zeitschrift BD 2H 2 Beilage Nachrichten von der Historischen Commission bei der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften Erstes Stück GIZ Von Prof. Hegel, Georg Vogt, Jakob Grimm, Prof. Dreusen, Herrn Lappenberg und L. Ranke 1-61, hier S. 31-36 Nachteil